Und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute ist Freitag, der 23. Dezember und morgen ist Weihnachten. Unglaublich, die Zeit vergeht. Also, wow. Wie ich bereits erwähnt habe, in meinem letzten Video werde ich heute es kurz fassen und deswegen einfach ganz kurz zusammengefasst. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, eine tolle Zeit und ich hoffe, dass ihr eure ganzen Wünsche, die ihr so über Weihnachten habt oder für Weihnachten, dass sie sich erfüllen. Und ich wünsche auch euren Familien eine schöne Zeit und ich wünsche euch auch eine schöne Zeit, dass ihr Zeit mit denen verbringen könnt, mit denen ihr einfach heute Zeit, nein, heute ist ja, naja, morgen an Weihnachten Zeit verbringen wollt. Also, jetzt habe ich es. Tut mir leid. Ich mache es heute, also wie gesagt, kurz. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Das ist dann voraussichtlich am Mittwoch. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss! Ach ja, und schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn wir, ja, was auch immer ihr mögt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Schreibt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook oder eben eine E-Mail an die bell.redemey.outlook.com Bis bald, ciao!